einen wunderschönen herzlich willkommen zu folge nummero neun letztes mal war ein kleineres offenes ende ja und was alles passiert ist daher erkläre ich euch nach dem intro meine damen und herren da sind wir ja auch schon wieder so lässt sich mal damit ein paar probleme machen wir mal hier noch mal ein bisschen leider weil ich höre mein kollegen überhaupt nicht und das spiel um so lauter ja und deswegen ist dann irgendwie und das soll heute nicht passieren du kannst schon was sagen vielleicht wenn ich dann in die an und einer haltestelle bin dann kannst du vielleicht und was dann ja weil da muss ich mich ja irgendwie konzentrieren so dann können wir doch ja ha pepe einmal einsteigen ja da hoffe ich ja wenn du da falsch einsteig und dich nicht vorher richtig informiert wo du einsteigen musst bist du ja in dem fall ja selber schuld so ich war da immer zu schon so lang oder kommt nach mir doch so lang keine ahnung immer eine fahrrad schon die zweite person danke dass du warst so wie war dein tag heute zitrönen muss ich hier halten ja so keine ahnung woche woche zehn zwei auch eine fahrrad wollen die auch einmal alle stadt äh wochen fahrrad haben mein tag war ok E Kupps die Karte Mio Sonst wäre Du ja dann nicht da Ja 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 Warum müssen wir heute ständig welche Leute irgendwohin, äh, ja, das finde ich irritierend, ja, und die Fahrkarten, Leute, brauchen ausständig mal wieder, bitte, noch einmal, fahr, bitte, danke, bitte, danke, ich meine, diese Leute, die auch fahr, Stockerplatz, fahren wir hier einfach mal das Schild mal über die Straße, glaub hier sind auch neue Häuser hinbekommen, kann das sein, kann sein, aber ich spiele das ja auch nicht jeden Tag, oder ich war schon Linda da, da, danke, bitte, ach so, parken, hat er gesagt, parken, ich hab verstanden, raten, Ups, wuh, das war sauber, das war ne, gute, Und das war auch super, Gesundheit, äh, hast du ja auch schon Corona, Fahrgast, darf ich dich überhaupt rauslachen, ach, es gab doch viel, ich dachte gerade, irgendwer, hier, hinter mir ist, bis dann, Ja, noch nicht ganz, wir haben 50.000, wow, und immer noch erreichend, das schaue, das kann doch echt, nicht wahr sein, Ich bin Ich bin mir gerade irritiert, du hast alle 14.000, hä, aber da steht 85.000, ja, ich, 10% fehlen mir ja noch, aber ich weiß einfach nicht, wie ich das am besten schaffen soll, ach so, du musst 85.000 erreichen, ja, 85% der Freitag, Aufschaltende Halterstellen sollen auf Strecken sein, die mit Fahreinkommen generieren, so, So, dann muss ich doch erstmal wissen, wo, So, dann muss ich doch erstmal wissen, wo, So, dann Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hilfe, Hilfe, Hilfe. 22 Fahrrichtungen. Hohoho, schau euch den mal an. Äh, ich verstehe mich nicht, aber wo muss ich drauf gucken? Ja, wo meine Maus ist? Äh, wo ist die? Ah, so, nee, das ist meine Maus. Äh, ich will deine Maus nachher. Hier, schau mal, äh, auch die Zeit, Streckenzeit. Äh, so, glaube ich, in dem Fall, ja. Nein, ich muss morgen wieder arbeiten und ich brauche noch ein bisschen Schlaf. Okay. 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 So, bedienen wir da nochmal die Fahrt. Und dann, würde ich sagen, machen wir fertig. So, da versuche ich nicht mal schnell. Oh, je, so viele Knochen. Tag, senior, eindrücken. Bitte. Ups, nein, aussteigen will ich nicht. Ups, nein, da wollte ich, nee. Äh, ich sehe nichts. Gut, der Bus hält, das weiß ich nicht. Vielleicht sie selber? Oh, haha. Bitte ein Stein oder aussteigen. Äh, einzeln Standard. Dann, das... ... 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 speichern. Bitte, bin ich immer, bin ich immer? Mit geleglichen Unfällen? Nein, nein, das überhaupt nicht. Unfälle gibt echt nur in der Fantasie. Bitte, sie auch noch Tag. So, nächster Halt. Das dauert bei mir leider noch ein bisschen. Oder ich würde nichts, das weiß man ja nicht. Tschüss. Eine Fahrkarte, einzeln. Hast du gerade den Typen mit roten Pullover gesehen? Nein. Der ist geschoben. Was? Der ist geschoben, der hat keine G-Animation. Was? Das glaube ich dir nicht. Ey. Ja, dann fahr, meine Güte. Welche rosa Kuh? Ihr seid die rosa Kuh. Hast du schon im Spiel mit roten Pullover gesehen? Nö. Haben Sie zu viel Alkohol getrunken? Nein. Nein. Wir müssen die, die geräumten. Nein. Wir müssen die Räumten machen. Nein. Wir müssen die Räumten und die Räumschen von oben hinlegen. Die Räumten machen. Ja. So, einmal alle bitte anschneiden. Ja, Farb. Ja, ich hab dich gesehen. Hallo. So, nächste. Oh, zu früh, der Blink. Nein, das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Vielleicht Müll, alles weg, johoi. So, und dann drücken wir R, ne, T, und dann geht er wieder nach Hause, und dann sage ich meine allerlieben Freunde, wir sehen uns einfach das nächste Mal, oh, neuer Bus haben wir freigeschaltet, juhu. Und Level Up und haben insgesamt 65.000 eingenommen, supi supi, das finde ich doch schon mal alles prima. Ist unsere Aufgabe endlich erfüllt? Nein, du hast 0% aller Bushaltestellen. Hä? Ach, keine Ahnung. Leute, ich sage damit einfach mal auf Wiedersehen. Ihr könnt mir mal in den, äh, Kommentare schreiben, was das eigentlich für offen, warum das irgendwie da, warum dieses, äh, den da jetzt irgendwie nicht, oder was ich da tun muss. Und bis dahin sage ich noch einen wunderschönen, traumhaften, guten Abend, oder guten Nacht, oder wie auch immer. Okay, tschüss, tschüss. Das war's. Vielen Dank.